Diese Powerbank verfügt über eine integrierte Kamera für diskrete Videoaufnahmen. Außerdem kann man bis zu zwei USB-Geräte daran laden. Das originelle Bedienkonzept verhindert das Unbefugte die Aufnahmefunktion entdecken. Hier sehen Sie nun das Videobild der Kamera. Klicken Sie für weitere Informationen auf den Link unter dem Video oder besuchen Sie uns auf www.alarm.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017